Moin und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Ausgabe der Freizeitpark News. Heute Video ohne Kamera, da ich mein SD-Garten nicht mehr finde, jetzt aber viel Spaß mit dem Video. Auf dem Platz des ehemaligen Wassergartens im Freizeitpark Tripsrill wird laut Park eine interaktive Neuheit für 2017 entstehen, in der die Besucher wohl den Fahrtablauf selber bestimmen können. Wir sind mal gespannt auf weitere Details. Zurzeit ist ja Halloween-Zeit in der Zeit, wo viele Mentoren verkleidet rumlaufen. Auch natürlich in Freizeitparks. Außerdem ist zur Zeit überall eine Welle von diesen berühmt-berüchteten Killer-Clowns, die ich nebenbei, wo ich den Aufstand, völlig übertrieben finde. Darauf hat der 60. Freizeitpark Belantis entschieden, keine Clown-Verkleidungen für die vom 29. bis 31. Oktober stattfindenden Halloween-Veranstaltungen zuzulassen. Sogar die Sicherheitsvorkehrungen werden deswegen erhöht. Der Freizeitpark Ton hat ein Clown-Kostümverbot ebenfalls angeordnet. Und der Freizeitpark Plon geht das Ganze etwas, ich sag mal, lockerer an und weist Besucher einfach nur darauf hin, einfach so ein Kostüm nicht anzuziehen. Verboten ist das dann zwar nicht, aber sie sollen es einfach nur nicht anziehen. Zuletzt noch zu einer etwas traurigen Nachricht, wovon sich vielleicht schon viele mitbekommen haben. Im australischen Freizeitpark Dreamworld nahe Brisbane eignete sich vor kurzem ein tragischer Unfall auf der Wasserbahn Thunder River Rapids. Auf dieser Raftinganlage verklemmte sich wohl ein Boot auf dem Förderbrand gegen Ende der Bahn und es überschlug sich. Von den sechs Menschen, die sich im Boot befanden, verloren vier ihr Leben.